Moin Leute, ich heiße nicht nur Bukuli, sondern euch auch ganz herzlich willkommen zu der Demo von American Arcadia. Die zocke ich heute in diesem Video durch, deswegen ist es natürlich ein durchgespielt. Und in American Arcadia erleben wir die Geschichte von Trevor, einem außergewöhnlichen Mann aus der berühmtesten Reality Show der Welt. American Arcadia ist ein 2,5D Puzzler kombiniert mit Plattform und First Person und erzählt die Geschichte einer packenden Flucht aus eben dieser Reality Show. Angelehnt ist das Ganze wahrscheinlich an die Truman Show von 1998, aber ja, ich würde sagen, das Spiel wird wahrscheinlich seinen ganz eigenen Twist haben. Und wir drücken einfach mal auf A und auf Los geht's los. Ich bin noch ein bisschen erkältet, es tut mir leid, falls ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, aber ich versuche mein Bestes und euch nicht voll zu niesen und anzustecken über ein PC. So, A drücken um zu spielen und wie gesagt auf Los geht's los. Are you ready to rebel? Yes, yes, I'm ready. Good, we're recording now. So, please, sir, state your name, age and occupation. Trevor Hills, 28. Senior Account Manager at INAC. Although, I'm not sure about that anymore. I'm also the most popular person in Arcadia, but you probably already know that, right? Was, wir sind die überlebteste Person in Arcadia? Ah, Hilfe, das Spotlight ist auf uns. Wir müssen weglaufen. Testperson 10, 2, 3, 3, 3, 92. Ja, und du musst mich erst mal holen, ihr Säcke. Ihr kriegt mich nie, ihr Schweine. Huah. Hol mich doch, wenn ihr könnt. Schafft ihr eh nicht. Ja, wir wissen das, Herr Hills. Bitte, weiter. Well, es begann zwei Tage vor. Bis dann war mein Leben sehr mundan. The whole thing with Gus. Scheinmal das erste Kapitel kann das sein. X um zu interagieren. Geil. Wow, neun Jahre. Ach, du Scheiße. Architect of Tomorrow, das ist aber nett von euch. Also, ich kann nur nach links und rechts laufen. Ich kann nicht nach hinten in den Hintergrund, sag ich mal, reinlaufen. In Anführungsstrichen. Morgen, Roger, altes Haus. Was geht? Ich weiß dann nicht, wer du bist, aber moin. Moin. Ja, acht Stunden Schlaf, wer brauchst du aber schon? Wer bist du denn? Das erinnert mich an diesen Verkaufsroboter aus Star Wars. Von dem Wüstenplanet, wo die C3PO gekauft haben. All dieses riesige Ding. Was da durch die Wüste fährt. Ich bin auf ein entsprechender Staubsauger oder so. Mein Lieferant. Mein Lieferant. Mein Lieferant. Wir haben einen neuen Edge-Travel-Grant-Werner. Sein Name ist... Hey. Ist das Gus? Oh ja, man. Schön auf die Fijis. Erstmal sich Sonne auf dem Pelz brennen lassen. Da hätte ich Bock drauf. Hm. Das ist witzig. Gus war niemals interessiert in any of this. Hm. Komisch. Ich muss ja vorab sagen, ich finde den Stil ja super. Ich habe es damals irgendwann mal in der Präsentation gesehen und war... Ah, ich war so lange on Edge, diese Demo-Endy spielen zu können. Und jetzt kann ich es ja nicht spielen. Gus, der Globetrotter? Das ist schon geil. Weil mir dieses... Wie soll ich sagen? Diese Szenario gefällt mir halt super. Ja, vielleicht ist Gus einfach jetzt doch der Reiseglobetrotter geworden. Genau. Aber sowas ist auch in der heutigen Welt wichtig. Manchmal auch mal 10 Minuten Pause machen. Darf ich so ein Reisestipendium machen? Ich will auch gerne in den Urlaub fahren. Oh ja, Mann. Erstmal gewinnen. Äh, gewinnen. Sag ich schon. Ja, gewinnen, na klar. Erstmal arbeiten. Ich glaube, ich werde alle diese Eta-Memotungen von mir senden, jetzt dass Gus ist weg. Ui, toll. Ich werde extra Stunden arbeiten, dank zu deinen improviseden Verlusten, Herr. Oh, komm mal. Ich habe nicht sogar geholfen. Hey, Leute. Habt ihr eure... Was? Gus ist tot. Was? Was? What the fuck? Alle anderen so total robotarhaft am Weiterarbeiten, keiner bemerkt was. Ich will halt euch nicht spoilern. Ich weiß halt. Ich kann mir vorstellen, was da los ist gerade. Ne, ich folge dir nicht. Okay, doch. Ich folge dir nicht. Ich würde gerne sprinten, aber ich kann nicht sprinten. Ich würde gerne, aber... Warte, 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 warte. Ich kann mich in eine Eta-Rumme. Mein Entferenz-Level ist nicht... Freigabe, Schmeigabe, sage ich immer. Kommen Rinder jetzt hier. Ist jemand, was ich sage? Trevor. Mannequins? Warte, sie stören Mannequins in hier? Ne, und Fernsehkamera-Storen, die scheinbar auch hier. Yo, ich bin jetzt einfach aus Versehen in Try Again gelandet. Naja, wer das Video gesehen hat, ne, der weiß, wovon ich rede. Weil es ist, Trevor. Was? Das ist die amerikanische Arcadia-Stage. Okay, okay, wer... Wer bist du? Und wie kennst du meinen Namen? Es ist ein Eierkopf an dieser Tafel in fronte dir. Lass es auf, damit wir direkt sprechen können. Genau, schau es auf, Trevor. Schau es doch mal auf jetzt. Was ist passiert? Ich, 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 ich verstehe... Ich habe nicht Zeit, um alle Details zu reden, aber... Langsame kurz. Wenn du nicht aus Arcadia rauskommst, wirst du jetzt sterben. Wie Gus. W-w-w-wut? W-wut? Ich weiß, das muss ein Schock sein, und ich versuche, ich werde dir alles zu dir später explain, aber erst, wir müssen dich aus hier rauskommst. Geh vor, bitte. Weil jeder, der so ein Reisestipendium gewinnt, ist eigentlich raus aus der TV-Show, denke ich. Ich sehe keinen Weg hier. Da ist ein Wartobkass zurück. Bring es hier und schaue auf, um zu dieser Plattform zu kommen. Da kommt, Trevor. Schieb, 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 schieb. Also, es geht in American Arcadia darum, dass Leute, ja, diese Fernsehserie halt schauen. Und dann wird gevotet, so ein bisschen wie bei Big Brother, wer der beliebteste ist. Und wer auch der unbeliebteste ist, natürlich. Und die unbeliebten, die fliegen halt raus, weil die Produzenten wollen natürlich die Serie interessant halten. Und Garza war jetzt der unbeliebteste. Und Trevor ist scheinbar der zweiten unbeliebteste. Und da ist jetzt irgendjemand dabei, der will ihn da irgendwie rausholen. Oder sie will ihn da rausholen, weil sie sich denkt so, nee, ich will halt nicht noch mehr Menschen auf dem Gewissen haben. Und das Ganze ist halt wie einfach eine riesige Fernsehshow. Und für die Leute, die da drin sind, so wie Trevor, Garza und sonst wen, ist das halt die Realität. Ich bin gleich zurückgekehrt. Okay. 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 Also jetzt spielen wir den Gegenpart, der Rätsel-Part, den es in der Beschreibung natürlich auch gibt. Also wir müssen jetzt Rätsel in First Person einfach lösen. So und wir müssen jetzt den Weg nach oben freimachen für unseren lieben Trevor. Der Halle in den Servierterraum ist durch drei Verwaltungskameras getragen. Ich muss nahe zu den Kameras kommen und die Loop-Fotage von meinem Telefon. Aber ich muss sicher sein, das richtige Video ist auf die richtige Kamera. Okay. Ah, okay, okay, okay. Wir müssen jetzt gucken, wo die Kameras sind. Und dann müssen wir anhand der Umgebung herausfinden, wo wir was hochladen. So, auf dem hier, auf der Kamera, wird Nummer zwei hochgeladen. So, diese Szene spiele ich gerade übrigens mit Maus und Tastatur, weil es einfacher ist. Hier ist der Serverraum. Wo ist denn... Da ist noch eine Kamera. Die Kamera, das scheint Kamera drei zu sein. Also Loop-Server.avi So, das ist gesinkt. Na, dann ist das da oben natürlich Nummer eins. Ist ja klar, Loop-Korridor. Klar, Upload. Wir probieren es aus. Was kann schon schief gehen. All die Videos sind aufgeladen und spielen die Loups. Ich kann jetzt in die Serverraum. Nice. Auf in den Serverraum. Meetingraum. Serverraum. Da ist er. Rein da. Scheiße, Gene lockte sein Ofis, wenn er ging. Und ich weiß nicht, sein Passcode. Scheiße. Äh, Gene. Warum Gene? Ein komplettes Layout des 21. Flusses. Hm. Wo arbeitet Gene denn? Wahrscheinlich nicht im Meetingraum. Da arbeitet nicht Gene. Stage-Technischen, Stage-Technischen. Muss jetzt doch einfach nur bei Gene. Einfach, sag ich mal. In sein Büro rein. Und dann, äh, den Code rausfinden. Kann das sein? Ich kann noch nicht in den Kriserraum gehen. Ich muss Trevor helfen. Hm. Ich weiß das Passwort nicht. Ist das 1959? 59? Ich bin ziemlich sicher, dass das Board von Direktoren glücklich Kovacs von dieser Bildung haben, wenn sie es möglich haben. Hm. Access restriktiert. Nope. Lockt. Ist alles gelockt hier? Ja. Probier mal 1959 aus. Das war es wohl nicht. 12.08. Wow. Ich kann es nicht glauben. Du bist ein absoluter Dissaster, wenn es zu Sicherheitsmaßnahmen geht, Gene. Ta-da. Okay. Da ist die Tür offen. So, und jetzt mussten wir an den PC oder mussten wir ne, wir müssen an den PC. Da ist gerade die. Okay, okay. I'll just log in here and grant Trevor access to the Shit. Those Tackleberry-Asshole are coming down. Listen to me, Trevor. Forget about the elevator. You have to find another way out. And quick. Jetzt wo I'm a-I'm a-I'm a manager. I don't find things. The only thing I can find are mistakes and balance sheets. Just move out of the way for now. Would you? Get in that warehouse and we'll try to think of something. Ähm. Oh Gott. Das ist ja abgefahren. Kann ich. Hey, ähm. Hey, I can't see anything in here. Von Johannes 10. Just hug your teddy bear real tight while I try to turn on the lights, okay? Is that better? Now let's try to find a way out of here. Warte mal. Kann ich. Oh lol. Ich kann. Oh Gott. Ich kann gleichzeitig. Ich kann gleichzeitig. because of my metabolism. I don't easily gain weight. So I don't use it too much. Okay, okay. I'm not here to judge your lifestyle or your dietary habits. Just save your breath and keep going. Will you? Ich kann gleichzeitig. Ähm. Den Scheinwerfer von der Kamera. Und. Ja, alles andere. Bewegen. Alles andere. Damit meine ich Trevor. Also ich kann Trevor bewegen. Und den Scheinwerfer. Und das gleichzeitig. Weil das eine ist mit dem linken Stick gesteuert. Das andere ist mit dem rechten Stick gesteuert. Und das. Brutzelt mein Gehirn, Alter. Sprechen der vierten Wand. Um alles. Verhindern. Auf jeden Fall. Zu verhindern oder so. Vielleicht sind es auch Space Cops. being rid of problems inside Arcadia. Get rid of... Do you mean... Yes, Trevor. I mean they kill people. People who try to escape. And people who help others escape. Trevor. Ja. Hab ich mir schon gedacht. mit keinen Freunden und eine BORRING-LIFE, die niemand gibt zwei Sch***s über. Mein Gott, du bist so gemein, Vivian. Ich bin sorry, ich kann nur nicht helfen. Ich weiß die Regeln, alle Granzerinnen und Granzerinnen müssen publikamente bezeichnet, blablabla, aber ehrlich gesagt, ich sehe nicht das Ziel. Wer ist das so wichtig? Anyway, wir nehmen 5 und wir werden es in eine Reihe, okay? Vivian Walton ist eine schuldige Person. Ich denke, die schuldige B***h beschreibt sie besser, aber ja, sie ist eine schuldige Person. Sorry, Mann. Oh Gott, das ist wirklich hoch. Bitte, calm dich, Trevor. Ich sollte heute nicht aus dem Bett kommen. Nein, keine Panik. So, jetzt können wir wieder hochfahren. Wow, einfach mal jemandem vertrauen, der einem Sachen zuflüstert und der will, dass er irgendwie auf dem 30. Stock rauskommt. Schildgründen sind cool. Ey, sag nichts gegen Schildgründen. Ja, komm mal jetzt gleich irgendwas raus, oder? Und verfolgt mich. Spring, Trevor. Ja, und ich glaube, du solltest dich jetzt beilen, Trevor. Nein, ich krieg mich nie. Ihr Schweine, ihr Weltraum Robocops. Stopp immediately. Run, keep running for God's sake. Los, Trevor. Mach einen Wallrun. Visit Fiji, Tokio und Paris. Fiji ja, Tokio ja, Paris. Weiß ich jetzt nicht. Oh, nicht. Komm, Trevor. Ich kriege mich nie. Ich kriege mich nie, Schweine. Halt! Halt so weit, wie du kannst! Warte, hast du in einen Schwimmbad von dem 20. Fluss des Gebäudes? Ja. Und zwar, ich glaube, es ist ziemlich obvious, dass ich nicht genau ein Wunschwunsch bin. Obwohl, in der Zeitung, dass der Wunschwunsch nichts war, als ob ich danach zu tun hatte. Okay. Okay, das war die Demo von American Arcadia. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am 15.11. kommt das Spiel schon raus. Und ich habe mega Bock drauf, das Spiel zu spielen, weil ich bin schon sehr, sehr lange gehypt auf American Arcadia und habe schon sehr, sehr lange Bock drauf. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr möchtet mehr davon sehen. Lasst es mich unten in den Kommentaren auf jeden Fall gerne mal wissen. So, wir sehen uns demnächst wieder zu einem neuen Video, zu einem neuen Stream. Irgendwas hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, bis bald, Julian. Und haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020